Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mörder am heutigen Tag, zusammen mit Maru Dardong. Heyo, Zabey, hallo und German Let's Play. Hallo, los geht's. 41, achso, es sind gerade mal 8 Leute da. Ja, das wäre jetzt toll, wenn das so bleiben würde. Dann hätte ich 41% Mutterzahn. Ich habe 7, ich wärt's. Ne, du wirst es nicht. Will niemanden umbringen. Wenn doch. Ich auch nicht, Mann. T-T-T-Zeezone ist mein neuer Spitzname. Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke mir ja manchmal so die ein oder andere Folge von früher an. Einfach mal so aus nostalgischen Gründen. Damals waren wir so lustiger. Ja, das sowieso, auch schöner waren wir früher. Also auch alle vier waren prinzipiell schöner früher. Und da muss ich sagen, dass mich das selber mittlerweile stört, dass ich Zombey immer Zombey genannt habe. Boah, ey. Das ist ja richtig, also das war, ich weiß nicht warum, ich so, hi Menje, bitte nicht, nein, bitte, oh, hallo. Und wie viele Jahre hast du gebraucht, um das abzulegen? Ja, aber es triggert einen nur, wenn man es weiß. Ja, das stimmt. Ja, aber du, er wusste es ja von Anfang an. Nein. Warum knackt es so viel? Ja, ich weiß auch nicht. Nein, nein, die mit den roten Haaren. Kein einziges Gold. Die mit den roten Haaren. Nein, was war das für ein Geräusch? Die mit dem roten Haaren hat mich in Ruhe gelassen. Der Z-Gamer 57. Der Himmel. Das ist die mit den roten Haaren. Warum hat die mich nicht umgebracht? Er ist im Himmel. Menje, bist du auch da im Himmel? Ich auch. Ja. Ist Maudado noch? Bin ich der Letzte? Ich lebe auch, hallo. Menje, wie ist es so im Himmel? Maudado steht da oben. Ich sehe mal, ich suche nach Gold. Wir kriegen immer noch vier. Nein, du bist doch in der Hölle. Wir wissen auch, dass wir uns nicht gerne eincremen lassen. Man, auch Creme ist immer so flutschig, man. Dann fühle ich mich immer da ein. Okay. Alter, wie hat es denn da gerade geknackt? Nixer mehr noch oder wurde er auch gerade geknackt? Ne, ich bin kein Detective. Ne, er ist noch da. Oh ja. Warum ist diese dumme Stadt so groß? Nur noch ein Gold, nur noch ein Gold. Wurde Mauders umgedreht? Oh oh. Dann nutze ich die Chance und gehe in die Richtung. Du schaffst es. Ein Gold nur noch. Ich habe den Schattenbogen. Ich beschütze dich. Ich auch, da ist er. Zack. Wir haben beide daneben geschossen. Als ob. Hallo. Hä? Der hat. Und der andere schießt auf Zombie. Was? Der hat auf Zombie geschossen? Barry, was ist los mit dir? Warte, mich hat nicht der Mörder umgebracht. Als ob. Oh mein Gott. Leute, Barrys letzte Worte. Ich bin 981 Mal gestorben. Stimmt das? Ich weiß es nicht. Nö, kann sein, dass die richtige Setzenfarte was im einen wissen wollen. Aber das sah schon selten komisch aus. Der hatte auch, also sorry, was für eine Waffe der hier hat mit so einer Schere. Hä? Das checkt man halt so. Das ist wie der Kompass. Ja, ja. Es ist super. Als ob. Wow. Du verlierst. Wow. Z-Gamer 5-7. Mann ey, das ist einfach zu krass. Jetzt habe ich wieder eine gute Chance hier am Start. Ich auch. 14 habe ich. 14, ja. Ich muss einfach sagen, Mendel wird, glaube ich, mit Abstand am meisten Mörder. Falsch. Doch, ich glaube, also so. Ja, das liegt aber auch an seinem Charakter. Das stimmt. Was ist das denn heiß? Er ist halt ein wirklich mieser Harald. Das muss man einfach mal so. Ja, stimmt. Er klaut auch. Aber nicht, was ihr jetzt denken würdet. Ich bin AFK. Er geht immer zu Waisenhäusern und da klaut er, ne, Schuhe. Falsch. Doch. Immer Nike Air Max. Ich verkaufe die. Ach so. Ich kenne die Geschichte. Ich habe mir vor drei Tagen Winterschuhe gekauft, weil meine alten die Sohle kaputt war. Nein. Ich habe mir vor drei Tagen ein Kind gekauft. Nein. Schuhe. Schuhe. Habe ich Kind gesagt? Winterschuhe. Habe ich Kind gesagt? Nein. Nein. Wir haben gerade darüber geredet. Ich habe vor drei Tagen auch eins gekauft. Das ist mir gerade eingefallen. Und heute Morgen, ich habe die halt eingespült, hier mit dem... Also man darf ganz kurz... Es ist eine wahnsinnig interessante Story bis dato. Ja, auf jeden Fall. Die kommen auf jeden Fall. Habe ich die dann draußen vergessen und es hat zum Glück nicht geregnet. Das fand ich... Das passt sich mittlerweile zum alten Mann perfekt an. Das war die beste Story meines Lebens. Danke, Maudana. Aber wie er auch darauf kam. Kinder verkaufen, kaufen. Ach so, ja. So eine gute Story. Ey Leute, ich habe mir neue Winterschuhe geholt. Ich habe die eigentlich gespült. Wir haben sie doch davor von Schuhen, oder? Was? Schuhe? Wir haben nie über Schuhe geredet. Doch, du hast gesagt, dass du Kinder Schuhe klaust. Ja, aber... Was Kinder? Das habe ich nie gesagt. Nicht? Was? Nein. Nein. Ich habe gesagt, dass das Manual von armen Kindern die Schuhe klaut. Ach so. Aber ich fand halt... Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas... Die wurden geklaut oder so. Nee, er hat sie draußen vergessen. Ja, Junge, das waren so ganz neue Schuhe. Mitten im Regen. Das wäre doch schrecklich gewesen. Ja, Junge, die Schuhe fallen nicht... Also, fallen doch nicht direkt auseinander, nur weil die dann im Regen vergessen werden. Äh, wo wir schon mal klauen sind. Ich habe gerade jemandem sechs Gold geklaut. Nice. Ich sehe Maudado hier. Oh, ich weiß, was es ist. Er ist gelb auf dem Kopf. Dann hat er... Ein Roblox-Mann ist das, glaube ich. Das ist die Banane. Roblox ist es. Wir müssen da hin. Gelb auf dem Kopf. Ich lenke ihn ab und du holst ihn den Bogen. Ich lenke ihn ab und du holst ihn den Bogen. Gelb im Kopf, gelbe Arme. Okay. Ich habe den Bogen. Nein, der geht nach vorne. Der geht nach vorne ran. Nein. Go Enderman. Ja. Enderman hat gesagt. Enderman wird verfolgt. Let's go. Okay. Enderman ist tot. Warte mal, vielleicht kann ich hier... Der Bogen wurde fallen gelassen. Er hat dich gesehen. Oh Gott. Bitte nicht. Ein Palette... Ich mache das, Leute. Oh, du hast einen tollen Text, Paluten. Was? Du hast einen tollen Todestext. Deine letzten Worte. Schicke mir, wenn ich tot bin, keine Blumen. Wenn du mich magst, schicke sie mir, während ich lebe. Oh. Wow. Ist das ein cooler Text. Da sehe ich dich auf. Ich bin ein Cowboy mit meinem Pferd. Ich habe neue Winterschuhe. Pferd, hol den Bogen. Ja. Pferd, hol den. Hä? Hallo, das Pferd. Nein. Alter. Ich wollte wieder wegreiten. Ich wollte wegreiten. Mordano für den Renten auch. Ich wollte wegreiten. Ich möchte in der heutigen Folge mich einfach ganz stark bei Mordano bedanken. Für die, für die, für einerseits für die tatkräftigen Geschichten, die er heute, heutzutage, also ganz ehrlich, hast du mal überlegt, ein Buch zu schreiben? Nein, Mordano. Über meine Schuhe? Über, über deine Schuhe, über dein Leben. Das wäre langweilig. Nö. Ich finde das ja ganz interessant, weil wir alle an sich total unterschiedliche Leben haben. Was? Ich bin halt so der... Du bist der Wanderer und wir sind die Kellerkinder, Ende. Das ist die Story. Nee, 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 nee. Nee, warte, warte. Nee, ich bin ja der aufregende Sexy-Playboy. So mit hier, da und Jetsetter, reist immer durch die verschiedensten Länder und ihr wohnt halt im Keller. Ja, aber das ist genauso spannend, wie es sich gerade anhört. Ey, nee, nee, ich, 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 jetzt mal Butter bei der Fische. Ja. Es ist an sich das Geilste, hallo? Ganz der Computerspiele spielen. Oh, viel Gold bekommen, ich gammel weiter. Ja. Ach, darf ich die Maus hören? Ich hab doch Paluten gesehen, wo hast du her? Ich muss mich umgehen. Ich, 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 was kann man, was kann man da gewinnen? Gold. Lass mich in Ruhe, Zombie. Zombie, bist du es wirklich? Ich hab sieben Gold. Ey, nein, lass mich. Ey, ihr Schweine. Äh, ihr tollen, äh, etwas. Hast du, hast du gerade Schweine in einem negativen Kompon? Neun Punkte habe ich, neun. Wird er schaffen, dass du zu... Oh, der wurde geschossen. Sechs Punkte, drei Gold. Blau, ich hab einfach neun Punkte. Oh, was? Ja, hau, hau. Jemand hat's erwischt, aber ich dachte, Zombie wär's. Äh, nee, ich bin hier. Und wie viele Punkte hast du, Maudardo? Sieben. Aber hier hat doch gerade jemand. Jetzt ist der, ich hasse es. Ich verstehe es nicht. Ist ja richtig cool, die Map mit dem Casino, wo man sich ihr Gold erspielen kann. Ja, ich verstehe es nicht. Ich glaube, das haben sie auch zum Teil ein bisschen erweitert. Nein, 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 nein. Was denn? Ich glaube, Manual ist es, Leute. Was? Ich versuche gerade, Kramscherf zu kaufen. Er muss es sein, er muss es sein. Er will eine Bogenschüssel, damit er uns alle umbringen kann. Aber wer ist es denn jetzt? Okay, okay, ich hab schon, ich hab, ich hab drei Gold. Ja! Alter, und dafür krieg ich mal einen Krämpfiff in den Händen? Ich war die ganze Zeit Detective. Ich hab eigentlich nur darauf gewartet, dass einer von euch sein Schwert zieht. Ich hasse euch. Hey, sag mal. Ey, Bruder. Du kannst uns so, warum, warum, hassen ist jetzt ein sehr starkes Wort. Ja, ja. Und dadurch erzähl uns doch nochmal eine Geschichte. Zum Runterkommen. Zum Abschalten. Als ich meine Schuhe gekauft hab, wollte ich mir auch eine neue Winterjacke kaufen, hab aber keine gefunden, die mir gefallen hat. Ist aber auch schwer. Winterjacken da, manche, manche sind auch dann zu plustrig, sind zu warm. Also es gibt ja so diese, diese Explorer Winterjacken, wo du dir denkst, Junge, ich schwitz schon, wenn ich, ne, so wie ich immer. Irgendwie ist die Sache, meine aktuelle Winterjacke, die ist jetzt so alt, wie... Irgendwie, ich hab die nicht mehr richtig, in der frie ich immer. Oh ja. Was ist das denn für ein random Satz? Wieso, was? Habt ihr eure Jacke nicht beim Kacken an? Was? Ja, ich, ich hab die immer an. Ja, sonst wird mir kalt beim Kacken. Weil ich jetzt... Ich seh, ich weiß, es ist so ein Mädel, es ist so ein Mädel mit pinken Haaren und sie ist bunt. Sie hat Rainbowhaare. Ja, klar. Polly, Polly 6, 1, 7, 0, 3. Ja. Sie ist auch, äh... Ah, es hat ihn erwischt. Ich hab mir ein Pferd gekauft, anstatt ein Schwert. Haben wir noch einen Schwert in der Olle? Hier wisst schon. Gibt's euch gut. Manu hat ein Schwert? Ja. Nein. Doch. Oh, ich seh sie. Sie ist im Bahnhof. Ja, Manuel, nimm ich mit. Ja, tschüss. Lass mich doch... Ich brauch noch 5 Gold. Lass mir das Gold. Mir fehlen 3. Bitte, ja, aber ich... Oh, ein bunter... Ist sie das? Nein. Der hat einen bunten Kopf. Das ist Polly. Noch ein Gold, ein Gold. Polly, Polly, Polly. Hi, hi. Ja, hier ist das Gold. Ich brauch noch 3. Ich seh sie, sie ist da vorne. Wo? Ich beobachte sie. Beim Bahnhof? Oh Gott! Nee, 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 nee. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Beim Saloon. Beim Saloon, bitte. Bitte. Ich hab... Sie ist jetzt... Warte mal, seh ich euch hier irgendwo? Warte, ein... Ein Gold noch. Ein Gold brauche ich noch. Ich brauch nur noch eins. Ich brauch nur noch eins. Komm. Es liegt sogar hier oben, das Stück Gold. Dann kann ich wieder wegreiten. Da, ja. Da ist sie, da ist sie. Ja, ich hab sie. Nein. Und nicht getroffen. Das war ein Treffer. Hast du ein bisschen Detektiv? Bust du, Polly? Ist du noch im Saloon? Ist du noch im Saloon? Ja, ja, komm zu mir, komm zu mir. Ja, ja, sie ist hier drin. Sie ist hier drin. Da, da kommt sie, da kommt sie. Ich opfer mich, ich opfer mich. Nein. Oh nein, Lauf. Warum sind wir so... Da, ich glaub, das ist der Detektiv. Ich hab doch keinen einzigen Pfeil getroffen. Oh Gott, oh Gott. Detektiv. Nee, Detektiv. Oh, jetzt haben wir den Bogen. Oh, scheiße. Ich hol ihn hier. Oh Gott, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Oh Gott, sie ist weggelaufen. Nein, ich will den Detektiv-Bogen. Nein, Brudi. Nein, warum du? Hat der denn jetzt? Warum du? Nein. Warte, ich renne hier rein. Ich mach ihm Angst, der bringt mich um. Ja, er hat schon bei der einen gesehen, dass sie ein Schwert hatte. Oh, verdammt. Ja. Jawoll. Nice one. Das hat er richtig gut gemacht. Ich hab's geschafft. Eine Maschine. Wir haben gewonnen. Oh. Ja, ja, weil wir krass sind, Zombie. Besten. Wir sind die Besten. Nur mit den Besten. Kennt ihr das Lied? Was? Das ist von Trettmann. Der macht gute Musik. Grauer Beton. Was? Ja, der macht so gute Lieder, der Trettmann. Der macht auch mal was mit dem Verstand. Und nicht so wie diese ganzen Rappers. So wie 187. Wusstet ihr, dass die 187 Straßenbande gar nicht weit weg von mir praktisch ihren Ursprung gefunden hat? Ja, mit dir auch, ne? Äh, wer? Nee. Die will mir da nicht. 187 Straßenbande, kennst du die nicht? 187. Was? Junge. Also ich muss sagen, ich bin ja an sich... Bin ich dafür zu jung? Nein, warte, warte. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Bruder, ich schwöre dir bei allem, was mir liebt oder heilig ist, ich werd nix machen. Dien mir jetzt! Ja, mach ich doch. Mach ich letztes schon. Genau, die 187 Straßenbande, die machen so Assi-Rap. Und die machen zum Teil, also wenn man die Musik nicht ernst nimmt, dann find ich sie echt geil. Du musst eigentlich meinen Bogen hin. Du musst eigentlich meine Palette hin. Ich bin doch hier. Und die hatten halt so den übertriebensten Hype plötzlich, wo jeder Song irgendwie Palme aus Plastik, weißt du, die Stars und ähm... Das kenn ich nicht. Ich hör immer Mozart. Ich auch. Ich hör immer Young Horn. Kennt ihr den? Ich kenn den Namen. Oh, mach sie fertig. Da war... Oh, ich hätte dich ver... Nein. Ich wollte... Du wolltest mich gar nicht verraten. Nein, ich hab dir das doch... Ich wollte den Bogen nehmen, damit ihn niemand anders bekommen kann. Das soll... Ich hab gewonnen. Ich dir glauben. Danke, Mordado. Der Beste. Nur mit den Besten kriegt den Palästen. Okay, Leute. Das war's mit der heutigen Folge von Minecraft Murder. Lasst auf jeden Fall einen kleinen Like, da wird es euch gefallen. Jetzt schaut bei ZombieMordadoJurbaletsPlay vorbei. Alle drei sind ganz oben verlinkt. Und habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.